Hey, mein Name ist Somit, ich bin Gründer und teile meine Learnings offen im Internet. Nach vielen Stationen von Agentur über Konzern bis Hypergrowth Silicon Valley Startup wollte ich mein Leben anders gestalten. Heute braucht es nicht mehr als Internet, um ein Business Imperium aufzubauen, das unser Leben komplett verändert. Wir müssen nur den Laptop aufklappen und loslegen. Darum geht es im Minimal Empires Podcast. Herzlich Willkommen zu Minimal Empires Folge 60. Heute geht es um den Markenrechtsstreit, den ich hatte. Es hört sich jetzt heftiger an, als es ist, aber wir mussten eine neue Marke einführen. Für Tresor One hieß es damals, was heute Parkett ist. Und ja, wie lief das im Detail ab? Zu was wurde ich gezwungen? Was ist da passiert? Wer hat was geschrieben? Was war geschützt? Was nicht? Wie lief dann diese neue Marke finden? Dann der ganze Ablauf Suchmaschinenoptimierung. Hat das darunter gelitten? Backend-Systeme und so weiter, URLs. Da werde ich heute komplett die Historie erzählen. Könnte ein bisschen länger dauern, ich weiß es nicht. Aber ich habe mir auf jeden Fall sehr viele Notizen gemacht, wie das damals ablief. Und da will ich euch durchführen. Heute die Folge mal mittwochs statt samstags, weil ich möchte ein bisschen aufholen für die Folgen, die ihr verpasst habt oder die ich nicht aufgenommen habe, sagen wir so. Dementsprechend gucke ich mal, ob ich jetzt in den nächsten paar Wochen noch ab und zu mal eine am Mittwoch aufnehme. Und ja, damit ich diese verlorenen Folgen, drei Stück insgesamt, wieder aufhole. Gut, dann springen wir direkt rein. Und zwar hieß mein kleines Unternehmen Tresor One am Anfang. Die Marke war Tresor One. Die UG hieß noch nicht so. Ich habe eine UG gegründet. Treu nach meinem Username-Pattern hieß die Products of Sumit. UG, der Notar hat mich richtig blöd angeguckt, was den Namen betrifft. Aber gut, so hieß sie am Anfang. Und Tresor One war einfach der Markenname, den wir da drin genutzt haben sozusagen. Den Namen hatte ich in fünf Minuten. Ich fand das klingt cool. Tresor ist ein Ort, wo man sein Vermögen hat und so weiter. Das passt gut. Also als ich angefangen habe zu programmieren an dem Tool, stand der Name sogar sofort fest. Ein anderer, den ich überlegt hatte, war Württemberg. So für Baden-Württemberg. Ich fand, das hat so einen... Also ich komme halt aus Baden-Württemberg und fand den Namen ganz cool. Hat so ein bisschen was Adliges oder Hochwertiges, fand ich. Aber ist auch schwer zu schreiben, vor allem wenn man international denkt, Württemberg, kann man schnell falsch schreiben und so. Tresor war da ein bisschen simpler und Tresor One hat es ein bisschen abgehoben von... Ja, Tresor ist halt ein normaler Name. Das heißt, es ist relativ schwer da, dann eine Marke aufzubauen. Kann man auch nicht einfach so schützen lassen. Deswegen, Tresor One hat gut gepasst. Wirklich, das hatte ich innerhalb von fünf Minuten. Das war überhaupt kein Stress und dann habe ich es gemacht. Die Domain war frei, also go. Sozusagen. Ich habe dann im Laufe des ersten Jahres oder so die Marke auch in Deutschland angemeldet. Also schützen lassen. Ich habe immer noch eine Urkunde vom Deutschen Markenamt oder wie das Ding heißt, für die Marke Tresor One in Deutschland. Aber wie sich herausgestellt hat, ist es relativ wertlos. Deswegen kann ich das auch nicht mehr empfehlen, das zu tun. Aber ja, also später, ich weiß nicht genau wann das war, ein Jahr später, eineinhalb Jahre später, vielleicht zwei Jahre später, ich kann es nicht genau sagen, habe ich einen Brief von Deloitte Anwälten bekommen. Deloitte ist hier diese Riesenberatung, eine von den Big Four Dingern da. Deswegen erstmal scary, wenn man von einem Deloitte Anwalt im Briefkasten hat, ist es sehr einschüchtern, wenn man da seine kleine OG hat und so seinen Side-Hustle da gestartet hat. Also mich schüchtert das sowas dann ein, mich hat das eingeschüchtert, war auch das erste Mal und ich dachte, okay, jetzt geht hier alles in den Bach runter. Ich habe dann selbst einen Anwalt beauftragt, wenn der alles nicht so will. Sowas bringt ein Unternehmen nicht down, das ist auch ein wichtiges Learning, denke ich. Aber ja, damals hat es mich schon beängstigt sozusagen oder verängstigt. Ich habe dann selbst einen Anwalt beauftragt und der hat es dann gecheckt. Ich habe ihm auch gesagt, ich will mit denen keine Kommunikation machen. Er soll das komplett übernehmen und das abstrahieren und mir einfach sagen, was abgeht. Ich sage ihm meine Wünsche und er soll das machen. Das stresst mich zu sehr, das lenkt mich auch zu sehr ab und ich will da auch nichts falsch machen oder so. Deswegen, er soll das machen und das komplett von mir schielden und das halte ich eigentlich bis heute so. Also wenn heute irgendwas ist, wo Anwälte ins Spiel kommen, dann sage ich den Anwälten meistens, macht ihr die Kommunikation komplett. Wer auch immer da dann die Gegenpartei ist, soll sich auch nur an meine Anwälte wenden und ich mache das dann. Nicht, dass ich das jetzt ständig hätte oder so, aber wenn man hier und da mal was bekommt, gibt es immer mal wieder, dann lasse ich das komplett die Anwälte regeln. Ich habe schließlich ein Unternehmen zu führen und ein Produkt zu bauen. Deswegen tue ich mich da nicht großartig damit beschäftigen mittlerweile und bleibe auch sehr viel ruhiger, wenn das einfach die Anwälte regeln. Genau, also an dem Tag habe ich mich dann ziemlich aufgeregt, als es kam. Und wie gesagt, also scary, aufgeregt, scheiße, dass man die Marke ändern muss oder sonst was. Aber ich bin dann danach sofort in den Problemlösungsmodus gekommen. Das ist bei mir generell so, dass ich das relativ zügig mache. Ich reg mich da nicht lange drüber auf. Ich hatte auch überlegt, okay, soll ich da jetzt streiten mit denen oder nicht? Oder mache ich einfach eine neue Marke? Und ich war dann relativ schnell dabei, dass ich gesagt habe, okay, wir brauchen eine neue Marke. Und jetzt, anstatt mich aufzuregen, denke ich lieber darüber nach, was könnte diese neue Marke sein? Weil rumschreiten wollte ich nicht. Ich hatte keine Nerven dafür, ich hatte keine Zeit dafür, ich hatte keine Kohle dafür. Und ja, das deutsche Markenrecht oder die Anmeldung scheint nutzlos zu sein, vor allem international. Die hatten ein früheres Recht, was das betrifft. Ich hätte wahrscheinlich die Nutzung in Deutschland erstreiten können. Aber was willst du da machen, wenn du internationalisierst? Willst du da eine andere Marke nehmen oder so? Keine Chance. Das ist auch nicht, was ich will. Das ist auch nicht cool. Von dem her, außerdem wollte ich gar nicht mit der Firma, die dieses internationale Markenrecht hatte, mit der wollte ich auch gar nicht in Kontakt gebracht werden. Also ich wollte nicht, dass wir verwechselt werden oder dass Leute denken, ich wäre mit denen Affiliated oder sonst was. Die kommen aus dem Cryptospace. Das wollte ich nicht. Wenn du ein Portfolio-Tracking für Aktien und ETFs baust und da seriös sein willst, dann tut es nicht sonderlich gut, wenn du dann mit Kryptofirmen so zusammengebracht wirst oder so. Das mag für die Leute, die Kryptofans sind, kein Problem sein oder eher vorteilhaft sein. Aber Zielgruppe deutsche Privatanleger generell eher skeptisch, was das Thema betrifft. Und man weiß ja nie, wo es hingeht. Ich meine, das ist jetzt zwei, drei Jahre her. Man weiß nie genau, was kryptomäßig passiert oder sonst irgendwas. Ist ja alles noch relativ jung. Dementsprechend wollte ich damit auch gar nicht Affiliated sein. Ist ja auch nicht so, dass wir eine Kryptofirma sind oder sowas. Deswegen war relativ klar Rebranding. Und ja, wenn man dann startet, wenn man das erste Produkt macht, wie ich vorhin gesagt habe, dann ist das Finden eines Namens relativ einfach. Ist die Domain frei, dann geht es los. Jetzt hängt aber Bedeutung dran. Jetzt haben wir schon eineinhalb Jahre da was aufgebaut. Da ist eine große Community. Man kannte es. Es gab Artikel über Trezor One in der Presse. Es war SEO-Traffic drauf. Die Leute haben danach gegoogelt. Wir hatten die ganzen URLs überall. So viel Zeug. Marketing, die Systeme im Backend. Die Marke, das Logo war epic und, und, und. Es hängt viel mehr Zeug dran. Und vor allem halt auch eine Bedeutung. Zu der Bedeutung komme ich nachher noch im Genauen. Weil ich habe mich dadurch natürlich sehr intensiv mit diesem ganzen Markenthema auseinandergesetzt. Weil wir eine neue Marke brauchten. Und die UG hieß nicht so. Also wir hatten keine Trezor One UG oder sowas. Sondern das war wie gesagt diese Products of Summit UG. Also da mussten wir nichts machen. Aber mit der neuen Marke haben wir dann gesagt, okay, komm, hier geht es sowieso weiter. Dann, also das Business läuft einigermaßen und so weiter. Dann firmieren wir gleich um von UG in GmbH und nennen da die Firma dann auch gleich um zum neuen Markennamen. Und das haben wir dann gemacht. Und dann wurde aus der Products of Summit UG die Parkett Fintech GmbH. Ein Parkett als Markenname, wie wir das Produkt vertreiben. Aber so weit waren wir noch nicht. An der Stelle hatten wir natürlich den Namen Parkett noch nicht. Die Kläger, wenn man das so nennen kann, oder die Leute, die sich da gemeldet hatten, die Firma, die hatten eine 14-Tage-Unterlassungserklärung. Also sie haben quasi gesagt, innerhalb von 14 Tagen müssen wir aufhören, die Marke zu benutzen. Was halt unmöglich ist, selbst wenn ich es wollte, keine Chance. Also man muss erst mal eine Marke finden, aber da musst du ja noch alles umstellen. Das ist ein Haufen Arbeit. Und vor allem, das hat mich auch sehr gestresst, dass ich mich damit auseinandersetzen musste, statt neue Features zu bauen oder sowas. Ich habe dann den Anwalt gebeten, dass er uns sechs Monate rausholt. Also, dass wir sechs Monate Zeit haben, das zu ändern. Und ja, weil man muss finden und umsetzen. Und das hat er dann auch geschafft. Es gab keine Geldforderung oder ähnliches. Deswegen, diese Firma, das sind eigentlich korrekte Leute, wenn ich das so einschätzen kann, basierend auf dem Kontakt, den ich dadurch mit ihnen hatte. Die wollten einfach nur selber ihre Marke schützen. Die wollten mir keins reindrücken. Da gab es jetzt kein hier 20.000 Euro Schadensersatz oder irgendwie sowas. Alles fair game. Die haben einfach gesagt, hey, unsere Marke, hör auf sie zu nutzen. Anwalt hat gesagt, pass auf, gib uns sechs Monate Zeit, damit wir das umstellen können. Und die haben gemeint, passt. Und das ist fair. Das heißt, wir hatten sechs Monate Zeit. Ich weiß noch, wie damals dann ziemlich auf Kante hatten wir dann auch den App-Namen geändert im App-Store. Aber Apple hatte ihn nicht approved, sondern die Client. Und damit sind wir dann über die Deadline gekommen. Und dann kam eine Woche oder zwei Wochen später nochmal ein Brief von denen, wo es hieß, hey, eure App ist noch nicht umbenannt und so. Müsst ihr machen, bla, bla, bla. Und dann haben wir gesagt, ja, haben wir schon gemacht. Wir warten noch auf Apple Approval. Und da müssen wir noch was machen. Und dann war das durch. Und dann war gut. Gut, genau, also wie lief das dann? Als ich mich dann entschieden hatte, Rebranding zu machen und wir hatten eben sechs Monate Zeit, dann ging es los. Ich habe drei Monate gebraucht, allein um den neuen Namen zu finden. Also das war, das hat mich so viel Hirnschmalz gekostet, den ich da reingesteckt habe. Dieses, ich habe gleich zu Anfang ans Börsenparkett gedacht und gedacht, hm, könnte man da vielleicht was machen, Parkett und sowas. Das war eine meiner ersten Ideen, aber ich bin dann weitergegangen, weil ich mir unsicher war mit dem Q drin und so ist es, hm, ist es einfach. Ich bin durch tausende Namen gegangen, ja, vor allem AI-generierte. Da gibt es ja so Marken-Generators oder Brandname-Generators und sowas. Habe ich da super viel gemacht. Damals war JetGPT noch nicht draußen, sondern das waren so andere Generatoren. Die gibt es immer noch. Aber was muss generell beachtet werden? Das war ja schon das Hauptding. So ist die Domain frei? Idealerweise die .com-Domain. Dann, was ich gerne wollte, war eine vage Bedeutung dahinter. Also nicht unbedingt, dass es jeder gleich checkt, aber dass ich es zumindest erzählen kann. Bei Tresor One, klar, Tresor, da speichert man Sachen, die einem wichtig sind, die wertvoll sind. Da speichert man sein Vermögen, was für ein Portfolio-Tracking ganz passend ist. Und bei Parkett ist es das Börsenparkett und so. Und deswegen so eine vage Bedeutung im Hintergrund finde ich nice, wollte ich haben. Es muss googelbar sein. Im Idealfall, wenn man es ausspricht, wenn ich euch sage, ich arbeite bei Parkett, dann könnt ihr es zumindest eintippen. Es ist nicht komplett random oder schwer einzutippen. Klar, man schreibt es falsch. Also Parkett gibt es auch Rechtschreibfehler. Viele schreiben es mit U oder Autocorrect macht es mit U. oder die Leute schreiben wirklich Parkett mit K und TT hinten. Aber das ist okay. Je nachdem, was man eintippt und so weiter. Mittlerweile leitet Google dann einen auf die richtigen Sachen. Vor allem, wenn man Parkett-Portfolio-Tracking eintippt und sowas, dann easy. Dann findet man es auf jeden Fall. Es soll international einigermaßen funktionieren. Also man kann es auf Englisch aussprechen. Das war mir wichtig. Es darf nicht vergebens sein. Nirgends im Idealfall. Also nicht Social Media oder man findet einen Handle, den man überall verwenden kann. Wir haben ja Parkett-App benutzt auf Social Media überall. Die Domains sind da und so weiter. Und natürlich auch nicht geschützt, die Marke. Das haben diese Markenanwälte, die für mich auch das Thema geregelt haben, denen habe ich quasi gesagt, hier, so das sind die drei Namen. Guckt mal nach. Die machen dann so einen oberflächlichen Check. Es gibt auch einen tiefen Check. Der kostet aber mehr, wo sie wirklich im Detail hingehen und selber dafür, ich glaube zumindest, selber dafür haften, wenn es da Probleme gibt. Also sie garantieren dir, dass es frei ist. Der oberflächliche Check, da garantieren die nichts, sondern sie gucken einfach nach und sagen, ja, wir haben nichts gefunden. Okay. Und dann kann, das habe ich gemacht. Ja, das reicht mir dann auch. Und habe dann die immer das machen lassen, wenn ich so einen Namen hatte. Ich glaube, ich habe dann irgendwann Top 3 und habe die das mal machen lassen. Dann, was ist mit Parkettfirmen? Also Leute, die Parkettboden verlegen. Komplett andere Branche. Egal, was die geschützt haben oder so. Das betrifft nicht Fintechs, die so heißen oder die man so ausspricht. Aber der Name ist auch noch anders geschrieben. Deswegen, das war egal. Am liebsten war mir ein Wort. Nicht so wie vor Tresor One, sondern ein Wort. Und ja, es muss natürlich ungeschützt sein. Ich habe mir da so viele Gedanken darüber gemacht und so den Kopf zerbrochen und irgendwann halt auch überlegt, okay, wie heißen denn andere Marken und was machen die und was macht die aus und so. Und da ist mir dann was gekommen und da habe ich wirklich zwei Monate dafür gebraucht, um überhaupt auf diesen Trichter zu kommen. Aber habe dann relativ schnell gemerkt, es interessiert keine Sau, wie dieser Name ist. Es interessiert wirklich niemand. Es hat null Impact auf dein Business oder auf den Erfolg deines Businesses. Guckt euch mal so Namen an wie Airbnb. Du kannst mir nicht erzählen, dass das ein toller Name ist. Vor allem nicht in Deutschland. Airbnb. Also schlechter geht es nicht. Du würdest nie im Leben deine Marke so benennen. Woher das kommt, musste ich erst googeln, als ich von Airbnbs erstmal gehört habe, dass man halt in den USA zu, ich penne auf deiner Couch mäßig sagt, ein Airbed and Breakfast. Das ist das, was man bucht. Eine Luftmatratze und Frühstück. Und daher kommt dieser Name, Airbnb, ein schrecklicher Name, was aussprechen international betrifft und so weiter in Deutschland. Aber jetzt kennt ihn jeder und es ist völlig normal. Und wenn ich dir sage, Airbnb ist eine scheiß Marke, dann würdest du nie im Leben zustimmen, weil es völlig egal ist. Es hat sich da eingebrannt. Das Wichtige ist, was hat das Unternehmen daraus gemacht? Aber wenn du jetzt über dein neues Business nachdenken würdest, dann würdest du nicht so einen Markennamen wählen. Oder Citroën. Kann keiner aussprechen. Das finde ich schwer auszusprechen. Das sind alles so Dinge, die sind am Ende egal. Die Nutzer gewöhnen sich an alles. Egal, was es ist. Egal, wie die Marke am Ende heißt. Die Nutzer gewöhnen sich dran, wenn dein Produkt da ist. Das Aller, Allerwichtigste ist nicht, wie die Marke heißt, sondern welche Bedeutung du der Marke gibst und welche Bedeutung dann die Nutzer und die Kunden mit dieser Marke verbinden. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und da gibt es auch ein paar absolut tolle Beispiele. Wenn ich dir sage, Nike bringt ein Auto raus, dann hast du schon im Kopf, wie das aussieht. Dann hast du im Kopf, wie das ist. Wird das eine Limousine wie eine S-Klasse? Nein. Das wird wahrscheinlich ein sportliches Auto. Das wird wahrscheinlich schnittig sein. Und eher vom Image her so, kannst alles schaffen, bla bla bla. Vielleicht auch eher Sport-Mode vom Fahren her. Wird es ein Off-Roader? Vermutlich nicht. Keine Ahnung. Ich persönlich habe da so einen Kubra im Kopf. So einen sportlichen Kubra. Aber wie auch immer, du hast auf jeden Fall etwas im Kopf. Oder wenn es heißt, Apple bringt ein Flugzeug raus, dann hast du im Kopf, wie das ungefähr aussieht oder wie das aussehen könnte. Das ist die Bedeutung, die die Marke bzw. das Marketing der Marke bei dir aufgebaut hat. Wie du über diese Marke denkst. Und das ist das Wichtigste. Dass du in so eine Sphäre kommst. Dass wenn jemand an Parkett denkt oder an Trezor One oder an deine Marke, dass damit was verbunden ist. Und mir fällt es sogar schwer, das zu sagen. Ich kann sagen, womit ich Parkett verbinde, aber ich habe natürlich einen ganz anderen Blickwinkel da drauf. Aber wie Kunden ein Parkett empfinden, ich habe es noch nie gefragt, ehrlich gesagt. Ich hoffe und ich glaube, es hat viel mit Qualität, Kundennähe, Datenschutz und sowas zu tun. Hohe Integrität. Das denke ich, dass das so ist. Das sind auch Sachen, die wir halt sehr groß schreiben und wo wir sehr viel Aufwand reinstecken in diese Geschichten. Aber ob die Kunden jetzt das damit verbinden oder nicht, das weiß ich nicht. Ich habe noch nie gefragt. Aber in die Richtung sollte es im Endeffekt gehen. Und wenn man eine Marketingabteilung hat wie Apple oder Nike, da macht man sich da weit mehr Gedanken als ich drum. Aber am Ende ist es wichtig oder am Ende werden die Kunden eine Meinung haben. Und du solltest dein Bestes tun, dass das, was dir wichtig ist oder wofür du stehen willst, dass du da auch den Aufwand reinsteckst und der Marke diese Bedeutung gibst. Und dann ist völlig egal, wie sie heißt. Also wirklich, meiner Meinung nach, eins der irrelevantesten Dinger, die man da machen kann. Außer eben, es muss einigermaßen Google-Buff sein, Domain muss frei sein, bla bla bla. Das ist klar. Ich würde nicht so eine lange Marke nehmen. Also ich halte, für die Leute, die nicht das Video gucken, ich halte meine Hände weit auseinander. Ich würde nicht hier einen Satz nehmen als Markenname. Die Leute kürzen es dann sowieso ab und so weiter. Aber da auch. AMD, IBM, SAP, alles Abkürzungen. BMW, die viel länger hießen, die kein Mensch in eine Suchmaschine eintippen kann. Also wurden auch gegründet, als es noch keine Suchmaschinen gab, glaube ich. Aber jetzt sind es einfach Abkürzungen. Und jetzt kennt jeder sie da drunter. Und das ist dann auch die Entwicklung von so einer Marke. Deswegen, ja, habe ich auch schon mal überlegt, soll man gleich mit einer Abkürzung starten? So ist unsere Marke TTA. Steht halt dann für irgendwas, keine Ahnung. Kann man sich auch überlegen. Aber wie auch immer. Es ist am Ende egal. Das wollte ich sagen. Es hat null Impact auf den Erfolg deines Businesses. Es hat null Impact darauf. Und ja, als ich den Namen dann hatte, mit Parkett, ging die Umsetzung los. Ich habe unseren Designer gebeten, unseren damaligen Designer, ein neues Logo zu machen. Die Brand. Wir haben dieses Teal, diese Farbe, unsere Brandfarbe, die wir da nutzen, die haben wir behalten. Die fand ich auch richtig, richtig geil. Das Logo, das Tresor One Logo, muss ich sagen, fand ich geiler. Das war wirklich tiptop als das heutige Parkett Logo. Aber nichtsdestotrotz, das Parkett Logo ist gut. Wahrscheinlich werden wir da auch in Zukunft noch ein bisschen eine Entwicklung machen. Aber das ist alles keine hohe Priorität. Auch da wieder, egal. Jeder gewöhnt sich dran und jeder verbindet es dann damit. Deswegen muss man da nicht, das ist verschwendete Zeit, wie in Visitenkarten stecken am Anfang. Entwickelt sich über die Zeit. Tag, Systeme ändern, URLs. Zuallererst mussten wir alles machen, was User-Facing ist. Das heißt, URLs, Brandname auf der App, im Marketing, überall. Das war das allererste, was wir umsetzen mussten. Dann APIs, also wenn die Web-App irgendwie die APIs anspricht und so, dass da dann steht ap.parkett.com und nicht ap.trezor.one. Das sehen jetzt User nicht sonderlich, aber trotzdem ist das so außen sichtbar. Customer-Facing in E-Mails natürlich alles, von wo kommen die E-Mails und so. Das mussten wir alles ändern. Dann haben wir eine Kampagne gemacht. Da war ganz lange auf der Webseite, Trezor.one hat weitergeleitet zu parkett.com und oben war ein Banner, der hieß Trezor.one ist jetzt parkett.com. Und jetzt haben wir, glaube ich, zwei, drei Monate oder so online gelassen, dass auch alle bestehenden User das mitkriegen. Haben das auch immer wieder per E-Mail dann gesagt, hey, F.O.I., so jetzt ändern sich die E-Mails oder jetzt ändern, so seid nicht geschockt, nächste Woche oder morgen oder was auch immer wird die Marke umgestellt und so. Das ganze Zeug, alles backwards compatible, alles Weiterleitungen, Blogposts und so weiter. Alles, was vorher Trezor.one war, hat einfach weitergeleitet auf die gleichen URL von parkett.com. Dementsprechend hat es SEO-technisch überhaupt nicht geschadet. Wenn man das richtig macht, dann sollte es da keinen negativen Impact geben. Und die internen Systeme haben wir nach und nach geändert. Das war auch nicht sonderlich dringend. Also sowas wie unser Notion, Linear, Slack und so weiter, das haben wir so nach und nach umbenannt. Ja, wie gesagt, war nicht dringend. Aber unser GitHub zum Beispiel heißt immer noch Trezor.one. Ja, das ist die Organisation, in der wir unser, das sind alles interne Projekte, die heißen immer noch so. Unsere Repositories heißen auch noch so. Also unsere Web-App-Repository heißt Trezor-App oder sowas, ja. Oder die Webseite heißt Trezor-WWW. Okay, das haben wir noch nicht geändert, aber da gibt es jetzt auch keinen Zwang oder dass es super dringend ist. Wir haben erst vor kurzem die GitHub-Organisation Parkett bekommen. Die hat auch jemand genamesquashed, also den Namen reserviert, ohne ihn zu nutzen, damit wir ihn nicht bekommen können. Und GitHub hat uns die jetzt aber freigeschalten. Das heißt, wir besitzen jetzt die Parkett-Organisation auf GitHub, aber wir werden erst irgendwas dran ändern oder unsere bestehende Org umbenennen oder so, wenn wir wieder was Developer-Facing oder Customer-Facing, wie auch immer, Zeug da drauf haben. Also wenn wir irgendwas Open-Sourcen oder wenn wir APIs anbieten oder wenn es irgendeinen Grund gibt, für jemand externes auf GitHub zu gehen und danach Parkett zu suchen, dass da dann was ist, dann werden wir das ändern. Stand heute ist es nicht so, wir benutzen es nur für uns und deswegen ist es egal, unter welcher Organisation wir arbeiten auf GitHub. Aber wenn wir da Produkte in die Richtung machen, dann werden wir die Parkett-Org nutzen, die wir jetzt haben. Nach dem Announcement ist es erstmal ein bisschen weird. Du kriegst komplett verschiedenes Feedback. Manche sagen geil, cool, manche sagen, ist ja voll blöd und so weiter. Das ist immer so bei einer Markenänderung, ist hochsubjektiv, kann man nicht sonderlich viel drauf geben. Und auch da würde ich komplett alles Feedback ignorieren, was den Markennamen betrifft. Wenn da Leute sagen, boah, der Name wäre besser gewesen oder das wäre, egal. Mach dich nicht verrückt damit. Nach einem halben Jahr interessiert es niemand mehr. Nach zwei Jahren hat jeder das Zeug vergessen, was davor war und man hat die neue Marke akzeptiert. Es ist dann einfach so, ist nicht so, dass du jetzt da hockst und für irgendwas, wo du damals dachtest, boah, ist das ein blöder Name. Jetzt denkst du die ganze Zeit, boah, mich stört der Name so hart. Elon Musk hat Twitter X genannt. Einfach nur X. Gibt es einen schlechteren Namen zu googeln oder einen schlechteren Namen, um... Also, es geht alles, ja. Da würde ich nicht, wie gesagt, würde ich mir nicht so viel drauf machen, wie ich es gemeint habe am Ende. Es interessiert niemand. Bei mir persönlich, vom Feeling her, war Parkett relativ schnell Nummer 1. Also, ich finde es besser als Trezor One und das Gefühl hat sich auch schnell eingestellt nach Launch. Und von dem her habe ich mich gefreut, es auch dann so zu representen, wie man sieht. Also, was heißt, wie man sieht, das wissen die von euch, die damals schon dabei waren, aber ich hatte genau das gleiche Shirt. Ich habe bei der gleichen Person das machen lassen. Genau gleich hier mit Schrift und Logo halt auch so ähnlich mit Trezor One. Ich habe gerade ein Parkett-T-Shirt an. Das habe ich quasi einfach nur wieder machen lassen mit Parkett. Und das trage ich jetzt mit Stolz. Also, von dem her, Trezor One, klar, ich denke da noch an die Zeit zurück und so weiter. Und das war super. Aber ich heule dem jetzt nicht hinterher oder so. Das ist durch bei mir. Und in der Community hat es ein bisschen gedauert, auch in so der öffentlichen Wahrnehmung. Also, auch was Journalisten oder sowas betrifft oder Externe, die Parkett selber nicht nutzen, aber das immer so mitgekriegt haben, was so passiert, so ein bisschen die Industrie verfolgen. Das hat ein bisschen gedauert, aber jetzt heute erinnern sich nur noch so Early Adoption und Trezor One. Ja, und deswegen war das erfolgreich, würde ich sagen, der Switch. Ich bin auch froh mit dem neuen Namen. Ich bin froh, dass wir es machen mussten. Ich finde den Namen auch besser. Und die Marke, die wir jetzt drum herum gebaut haben, die Bedeutung, die wir drangehängt haben und so weiter, finde ich sehr gut. Ich bin auch sehr stolz drauf und ich habe auch immer das Gefühl, vor allem in so diesen Friday-Fireside-Livestreams und so weiter, dass sich da halt wirklich eine tolle Community um die Marke gebildet hat. Und dass es Leuten auch ein bisschen was bedeutet und dass man Parkett auch mit gewissen Values verbindet, die mir und uns als Team wichtig sind und so weiter. Also diese Bedeutung dran zu hängen, das ist die Hauptarbeit, die wir da eigentlich machen. Genau, von dem her bin ich super zufrieden. Das war so im Detail alles, was da passiert ist. Ich hoffe, es hat ein bisschen Einblick gegeben. Wenn es weitere Fragen dazu gibt, also wenn es irgendein Thema gibt, wo ich jetzt vielleicht nicht so tief reingegangen bin, wie es dich interessiert hätte, dann frag gerne nach. Twitter.dm, Minimal Empires Community, können wir gerne diskutieren drüber. Deswegen schreib mir einfach. Und ansonsten bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit, wenn ihr den Podcast ein bisschen unterstützen wollt. Ihr wisst, wie es geht. Bei Spotify und Apple könnt ihr ja bis zu 5-Sterne-Bewertungen hinterlassen. Und auf YouTube veröffentliche ich die Folgen natürlich auch. Da könnt ihr mir auch in die Augen gucken, während ich euch den ganzen Kran erzähle. Und da lohnt sich für mich immer, wenn ihr da einfach einen Like unter das Video gebt und vielleicht sogar ein Abo dalasst, um keine Folge zu verpassen. Das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Folge 61, nächste Woche. Und nee, diesen Samstag. Wir sind ja heute an einem Mittwoch, deswegen schon am Samstag. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin. Macht's gut. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.